Heute habe ich mir was ganz schönes gekauft. Ein Haltergerät. Und es ist geformt wie Sonic. Hier ganz schön. Hier ist die Abhalterung, die Sonic Handschuhe. Und ironischerweise ist es ein Nintendo Switch. Das ist lustig, weil früher waren Sega und Nintendo Feinde und jetzt arbeitet Sega größtenteils für Nintendo. Aber ihr könnt nicht eure Konsolen da rein tun. Nein, das Ding ist auch noch für andere Sachen praktisch. Wie zum Beispiel hier. Ich nehme jetzt mal das Handy und es hält. Aber es geht ja noch weiter. Ich nehme jetzt zum Beispiel hier diese Fernbedienung und es hält. Diese Sachen ist für viele Sachen praktisch. Und ja, ich bin einfach froh es zu haben. Und Sonic ist cool und diese Statue sieht nun mal cool aus. Und deshalb habe ich sie mir gekauft.